So verstehst du auch super schwere Fächer. Jeder von uns saß beim Lernen schon mal vor irgendeinem Thema, das wir einfach nicht verstanden haben. Egal wie oft du dir das durchgelesen hast, es wollte einfach nicht in deinen Kopf rein. Und es gibt eine relativ einfache Methode, die uns in der Schule nicht beigebracht wird. Und zwar musst du anfangen, dir die Sachen in Form von Symbolen oder Zeichen zu verbildlichen. So habe ich beispielsweise Programmieren gelernt. Wir Menschen sind sehr visuelle Wesen und verstehen Dinge deshalb oft besser, wenn wir sie als Bild sehen, anstatt als Text. Deshalb zeichne dir die Sachen, die da als Textaufgabe stehen, einfach mal als ganz grobe Skizze und du wirst merken, dass du die Sachen direkt viel besser verstehen wirst.